und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge offizier auf weltreise schön dass du wieder mit dabei bist wir kommen zu einem weiteren highlight auf indonesien der mount ichen oder dieses vulkan komplex ist mit eines der highlights die man machen sollte wenn man auf der insel java ist und wird auch von vielen touristen besucht die region dort oben ist bekannt für den schwefel abbau wir haben also gesehen an diesem tag ganz früh morgens also natürlich hochgewandert das war schon sehr beeindruckend dann da oben zu stehen und in diesen diesen blauen see sich anzugucken wo der schwefel rauch so rauskommt haben wir also gesehen wie bergarbeiter mit karren den schwefel abbauen das meistens ohne gasmaske oder abc schutzmaske ja wir haben im internet recherchiert für einen hungerlohn das ist wirklich schwerste körperliche arbeit und das ist dann echt ja auch interessant sich das ganze anzuschauen in diesem video siehst du also den aufstieg frühmorgens wir haben also wieder einen guide gehabt der uns hochgeführt hat du wirst sehen wie die ausblick dort oben ist und du siehst ein paar interessante inhalte beim runtergehen jetzt wünsche ich dir aber viel spaß bei den eindrücken in diesem video es lohnt sich planung und vorbereitung motivation und inspiration offizier auf weltreise this is my story 1.50 wir besteigen den nächsten berg hoffentlich der vulkan mount ichen ich weiß immer noch nicht wie das ausgesprochen wird dort ist eigentlich ein besonderes natur ereignis dort ist so eine blaue flamme sagt man also wenn das wirklich ganz früh morgens so eine bestimmte temperatur hat dass das da oxidiert und mit der luft in verbindung kommt da können wir nur leider nicht hin weil es gerade wieder sehr gefährlich ist und jüngste ereignisse lassen uns auch ein bisschen vorsichtig bei sowas sein weil auf dem merapi durch den vulkan merapi der dritte aktivste vulkan wo wir auch waren der ist vor kurzem ausgebrochen also ist es ganz gut wenn wir am mount ichen nicht direkt in der nähe sind sondern nur dahin wandern hochwandern aber nicht eben zur blauen flamme und uns auch so lange da aufhalten so das wird aber ein ganz besonderes ganz spannendes ereignis wahrscheinlich wenn wir auch so gasmasken abc schutzmasken anhaben ein bisschen länger hoch hiken also ein bisschen mehr eine challenge worauf uns auch sehr freuen aber jetzt trinken wir erst mal was kaffee und in 20 minuten geht's los bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 So Daniel, wie war hier jetzt der Aufstieg? Der Aufstieg, kurz und knapp, also eine Stunde glaube ich hochgegangen, waren am Anfang noch sehr weit hinten, also wirklich wieder viele Leute, aber da sind die dann alle so langsam überholt, weil wir sind endlich die allerlangsamsten, also ist schon ein bisschen steil an einer Stelle, aber sonst hat es ja Spaß gemacht, es wird langsam über der Sonnenaufgang, den sieht man dann, jetzt ist die Sonne ja schon fast da, aber das ist dann so schön, wenn man so nachts startet und dann so hochgeht, also endlich mal ein bisschen Abenteuer. Wieder auf dem Weg zurück, wir haben dort oben dann eine Stunde circa verbracht, sind bis ganz zum Ende gelaufen, haben uns den Sonnenaufgang angeschaut, das war ganz schön, noch eine kleine Pause gemacht und ja, lohnt sich wirklich, also hier mal gewesen zu sein. Natürlich wäre es schön, diese blaue Flamme auch gesehen zu haben, aber das ist jetzt kein Muster, also wir sind ja auch hier, um ein bisschen zu wandern und allein dieses Erlebnis zu haben. Der Guide war fürchterlich, also der achtet weder auf die Gruppe, dann macht er die ganze Zeit Fotos, ich habe gesagt, bitte keine Fotos, sagt er, doch, doch, muss ich machen fürs Hostel und so, also den knöpfe ich mir gleich nochmal vor, weil das geht einfach nicht. Und der hat uns aus dem Stich gelassen. Ja, und der ist jetzt einfach vorgerannt, wenn sich jetzt einer von uns verletzt, uncool, aber gut, vielleicht habe ich da auch einfach zu Ruhe Ansprüche, keine Ahnung, wenn ich so Guide wäre, würde ich halt voll auf die Gruppe achten. Ja, so, und jetzt geht es runter, wieder ins Hostel und, ja, war ein toller Ausflug, oder? Lohnt sich. Ja, war mir. Und da hinten, juhu, so, jetzt nur nicht hier verletzen, ne? Ja, Wahnsinn, ein Bild für die Götter, vielleicht siehst du hier hinten so diese Rollwegen, ja, sieht so ein bisschen aus wie im Krankenhaus, ne? Wenn jemand so arg verletzt ist und dann irgendwo hingefahren werden muss. Man sieht ja nicht viele, die sich fahren lassen. Actually, haben wir jetzt erst zwei oder drei gesehen. To be continued. Aber jetzt gerade das Letzte, da waren zwei Touris, die sich haben fahren lassen. Und einer hat geschoben, also ein Indoneser. Und drei haben gezogen, also das sah wirklich ulkig aus. Ich meine, jeder kann mal irgendwie verletzt sein und sich nicht gut fühlen oder was auch immer, aber, ah, da muss schon viel passieren, dass ich mich hier diesen Berg hochziehen lasse. Ja, aber wenn man es unbedingt sehen will, ne, und verletzt ist oder sowieso schon im Rollstuhl sitzt, ne? Das ist ja jetzt hier nicht rollstuhlgerecht, ne? Also die müssen halt irgendwie auch hochkommen. Aber ich glaube, die waren weiter gesund. Okay, es wird mehr. Die Leute werden hier häufiger gefahren. Auch bergab. Auch bergab, oder gerade bergab. Gerade auch richtig zwei junge Leute. Und das kann ich ja nicht verstehen, ne? Also, die waren so alt wie wir, jünger. Und, naja. Ich erkläre mal kurz die Doppelmoral. Ja. Sich auf einem kleinen Felsen in eine Schlucht setzen, wo die Gefahr besteht, eventuell 200 Meter tief in den Vulkan reinzufallen. Für ein gutes Foto. Für ein gutes Foto. Und es dann hier aber den Berg runterkarren lassen. Naja. Ja, ich habe echt gedacht, dass es nicht so viele machen, aber hier gibt es wirklich hunderte von diesen Chauffeuren. Und dann muss es sich auch lohnen, ne? Also, wenn das hier jetzt nur ein oder zwei oder zehn Leute machen würden, dann wäre der Andrang auch nicht so groß, das zu machen. Aber hier gibt es, also bestimmt 100 waren hier auf jeden Fall schon. Wenn nicht 200. Oben da drauf. Ja, komisch. Also, dort wo Geld gemacht werden kann, passieren halt solche Dinge. Na ja. Taxi, Taxi? Taxi, Taxi. Taxi? Dubai? Just Ferrari. Bye. 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 Bye.